Ich habe eine Kindergeschichte mitgebracht. Die Kinder können nach vorne kommen. Schön, dass ihr da seid. Da kommt ja noch jemand. Ich habe eine Geschichte von einem Jungen. Der war vielleicht so alt wie ihr. Vielleicht auch ein bisschen älter, vielleicht ein bisschen jünger. Das weiß man nicht so genau. Man weiß auch nicht, wie der hieß. Vielleicht hieß der Joshua. Denn in seiner Zeit damals hießen viele Joshua. Und eines Tages wollte er zu einer Versammlung gehen. Und er sagte, ja, viele Menschen gehen da hin und da will ich auch hin. Seine Mutter sagte, naja, aber musst du auch nicht heute. Doch, sagt er, ich will nicht unbedingt hin. Er sagt, aber dann gebe ich dir was zu essen mit. Das könnte lang, spät werden. Und damit du nicht hungern musst, gebe ich dir was zu essen. Er hat die Brote eingepackt und sonst noch was eingepackt. Und er hat es in die Tasche gepackt und ist dann gelaufen mit seinen Geschwistern bestimmt. Er hat aber bestimmt Geschwister gehabt. Und das waren schon viele, viele Menschen, die sind alle zu einem großen Platz gelaufen. Wisst ihr, warum sie da hingelaufen sind? Da war jemand, der hat gepredigt. Und wisst ihr, wer da gepredigt hat? Jesus hat gepredigt. Genau, hat Jesus gepredigt. Und da, wo Jesus gepredigt hat, da waren immer viele Menschen. Warum eigentlich? Der konnte so begeistert predigen und erzählen, dass sie haben den ganzen Tag von morgens bis abends zugehört. Und am Abend wollten sie immer noch nicht zu Hause gehen, weil sie so begeistert waren von dem, was Jesus gesagt hat. Und der Junge ist auch hingegangen. Und der hat sich extra nach ganz vorne, damit er auch was sehen konnte. Denn wenn er ganz hinten war, dann konnte er ja nicht schlecht sehen. Die Kinder gehen gerne nach vorne, wenn irgendwas Besonderes los ist. Weil die Erwachsenen so groß sind, damit man da auch was sehen kann. Naja, und dann, als es dann so gegen Abend wurde, also die Zeit zum Abendessen kam, hat er auf einmal gemerkt, dass da so Unruhe ist. Und dass die da miteinander getuschelt haben. Und er wusste gar nicht, was da los war. Und dann hat er gemerkt, es hat Jesus dann gesagt zu seinen Jüngern, die Leute sind schon den ganzen Tag hier bei mir und die haben nichts zu essen gehabt. Lass uns ihnen was zu essen geben. Und die Jünger sagten, wir haben nichts und wir haben so wenig Geld, das reicht nicht für so viele Menschen. Da sagte Jesus, was habt ihr denn da? Und dann kam Andreas zu dem Joshua und hat so gesagt, was hast du in deiner Tasche? Da sagt Joshua, was habt ihr da drin gehabt? Brot und Fisch. Und wie viele Brote und wie viele Fische? Und zwei Fische. Ihr seid aber gut. Genau. Richtig. So war das. Fünf Brote und zwei Fische hat er drin gehabt. Und dann hat Andreas gesagt, bist du bereit, es abzugeben? Dann hat er gedacht, hm, abgeben? Ich habe doch auch Hunger. Wenn ich das abgebe, dann habe ich doch nichts mehr. Und was hat er gemacht? Er hat es abgegeben. Dann hat er gesagt, ja, wenn Jesus das haben will, dann gebe ich es gerne ab. Dann hat er dem Andreas das gegeben. Und Andreas ist dann mit den Broten und den Fischen zu Jesus gegangen und hat gesagt, ja, wir haben hier fünf Brote und zwei Fische. Er sagt, Jesus, ja, das reicht. Sie sagten, hm, das reicht? Für so viele Menschen waren über 5.000 Männer, vielleicht mit Frauen und Kindern, vielleicht über 10.000 Menschen zusammen. Für 10.000 Menschen fünf Brote und zwei Fische? Das ist ein bisschen wenig, ne? Kriegt noch nicht immer jeder einen Krümel. Und Jesus sagt, ist egal, alle sollen sich setzen. Immer so schöne Gruppen, da 50 und da 50. Und zwischendurch einen Gang, damit man auch durchgehen kann. Und dann haben die Jünger das geordnet. Und dann hat Jesus gebetet. Und dann bricht er das Brot und holt aus der Tasche raus und in den Korb rein. Und der Jesus steht daneben und denkt, hm, so viel Brot haben wir mir gar nicht gegeben. Und immer mehr Brot, immer mehr Brot, immer mehr Fisch, immer mehr. Und ganze Körbe voll und ganze Berge voll. Und er war erstaunt, dass aus seinen fünf Broten und zwei Fischen Jesus so viel Essen gemacht hat, dass alle über 10.000 Menschen satt werden konnten. Und er selbst ist auch satt geworden. Genau, er hätte mehr gehabt, als wenn er die fünf Brote und zwei Fische behalten hätte. Und was können wir daraus lernen? Wenn wir Jesus etwas geben, was wir haben, dann kann Jesus das gebrauchen. Und dann haben wir einen großen Segen davon. Und auch viele andere Menschen haben dadurch einen Segen gehabt. So viele konnten satt werden, weil der kleine Joshua sein Essen mit den anderen geteilt hat. Und das können wir auch. Dass wir, ob wir Zeit oder auch andere Dinge, die wir haben, auch für andere abgeben. Da haben wir zwar erst mal weniger, aber Gott segnet das. Und am Ende haben wir doch mehr davon. Das war die Geschichte für euch Kinder. Dürft ihr wieder auf eure Plätze gehen. Ja, ich freue mich wieder in Leonberg zu sein. Und dass wir wieder gemeinsam eine schöne Zeit vor uns haben, wo wir gemeinsam Gottes Wort studieren können, gemeinsam Gemeinschaft haben können und Gott die Ehre geben. Normalerweise bekommen wir gerne Geschenke. Warum eigentlich? Haben wir nicht genug Sachen? Also wenn ich meine Wohnung anschaue, muss ich sagen, so viel brauche ich eigentlich gar nicht, oder? Und wenn ich was brauche, kaufe ich mir das, oder? Warum bekommen wir gern Geschenke? Und manche geben lieber Geschenke, als zu bekommen. Auch manche Kinder machen liebend gern Geschenke für andere. Warum schenken wir gerne? Für manche ist Verschenken eine lästige Pflicht. Muss ich schon wieder was schenken und mir fällt nichts ein. Was kann ich dem wohl noch schenken? Aber was zu schenken ist auch etwas Schönes. Warum schenken wir gerne? Und warum bekommen wir gern etwas geschenkt? Ich glaube, weil Geschenke nicht nur einen materiellen Wert haben. Sondern wichtiger ist die Motivation des Gebenden. Dass ich sehe, da hat jemand an mich gedacht. Ich bin ihm wichtig. Wertschätzung. Liebe. Wenn ein Kind, eine Mutter, auf der Wiesern ein paar Blumen pflückt, die vielleicht nach einem Tag verwelkt sind, aber nur mit Begeisterung, mit Liebe die Blumen pflückt und der Mutter bringt, ein strahlender Gesicht, dann freut sich die Mutter vielleicht mehr darüber, als über ein teures Geschenk, was irgendjemand einfach so aus Pflichtbewusstsein gegeben hat. Die Motivation ist wichtig. Ich werde gebraucht. Ich werde geliebt. Der andere hat an mich gedacht. Deswegen, wenn zwei verliebt sind ineinander, dann machen sie sich viele kleine Geschenke. Sie müssen nicht groß sein. Aber die Geschenke zeigen, ich denke an dich. Ich habe dich gern. Übrigens, wenn in der Ehe mal so die Gefühle mal ein bisschen abgekühlt sind, dann kann man das auch wieder beleben. Wodurch? Kleine Geschenke. Kleine Geschenke zeigen dem anderen, du bist mir wichtig. Gott macht uns auch Geschenke. Welche Geschenke macht Gott uns? Natürlich, das Geschenk, das wir leben dürfen, hat Gott gemacht. Gott hat uns das Leben gegeben. Jedem von uns. Hat er jeden von uns gewollt. Gott hat uns das Geschenk der Erlösung gegeben, dass Jesus für uns gestorben ist. Das größte Geschenk, dass wir ewiges Leben haben dürfen, nicht nur irdisches Leben. Aber wir haben noch mehr Geschenke. Nämlich, Gott hat uns, als Jesus gegangen ist, hat er gesagt, ich werde euch ein Geschenk zurücklassen. Der Heilige Geist. Er wird kommen. Und er bringt Geschenke mit. Geistliche Gaben. Darf ich euch einladen, dass wir einige Bibeltexte dazu lesen, die von diesem Empfang des Heiligen Geistes und von seinen Gaben sprechen. Von den Geschenken Gottes an uns. Apostelgeschichte, Gebittel 2. Und diese Geschenke Gottes zeigen uns auch, dass Gott uns liebt, dass er uns wertschätzt, dass er mit uns zusammenarbeiten möchte, dass er unser Bestes möchte. Apostelgeschichte, Gebittel 2. Apostelgeschichte, Gebittel 2, Vers 38. Petrus sprach zu ihnen, und zwar die, Petrus hatte die Pfingstpredigt gehalten und die Menschen fragten, was sollen wir denn jetzt tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Hier steht, was wir tun sollen, um den Heiligen Geist zu bekommen. Und zwar den Heiligen Geist, aber auch die Gabe des Heiligen Geistes. Dieser Begriff, die Gabe des Heiligen Geistes, hat zwei Bedeutungen. Erstens, der Heilige Geist selbst, er ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes an uns. Und zweitens, dass der Heilige Geist Gaben mitbringt, dass er uns Gaben verleiht, Gaben gibt. Und was ist die Bedingung dafür? Petrus sagt, tut Buße. Übrigens, der Aufruf zur Buße, den finden wir in der ganzen Bibel, von Anfang bis zum Ende. Die Propheten haben meistens zur Buße aufgerufen. Warum? Der Aufruf zur Buße bedeutet, dass oftmals die Menschen auf einem falschen Weg waren. Und Bußetun heißt, kehrt um. Und auch diese Menschen, die jetzt vor Petrus standen, die hatten Jesus, nicht alle, aber viele waren schuldig geworden am Tod Jesu. Petrus sagte, ihr habt ihn gekreuzigt. Und Petrus sagt, kehrt um, übergebt euer Leben Gott. Eine bedingungslose Übergabe an Gott. Gottes Willen zu akzeptieren, anzunehmen, ein reines Herz zu haben, reine Motive. dass Gott mein Leben verändert. Und das Zweite, was wir hier sehen, ist, dass er sagt, lasst euch taufen. Und die Taufe ist genau ein Ausdruck dessen. Die Taufe ist ein Ausdruck, dass ich mein Leben Gott übergeben habe. Dass ich Ja gesagt habe. Dass ich es angenommen habe. Dass ich öffentlich bekenne, ich gehöre zu Jesus. Natürlich kann der Heilige Geist auch an einem Menschen wirken, der noch nicht getauft ist. Und auch an einem Menschen wirken, der noch nicht Buße getan hat, der noch nicht umgekehrt ist, der noch nicht Gott sein Leben übergeben hat. Denn der Heilige Geist wirkt an jedem Herzen eines Menschen, um sie zu Jesus zu führen. Aber wenn wir unser Leben Gott übergeben und wenn wir uns taufen lassen, dann erfüllt uns der Heilige Geist. Dann lebt er in uns. Und das ist ein Geschenk, was wir niemals hoch genug schätzen können. Wenn es den Heiligen Geist nicht gäbe, dann würden wir alle nicht hier sitzen. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns innerlich erfüllt, der uns festhält, der uns bei Jesus hält, der uns die Motivation gibt, mit Jesus leben zu wollen. Der Heilige Geist ist derjenige, der am Menschen und im Menschen wirkt. Und das Zweite finden wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 32. Dort heißt es, Petrus war vor dem Hohen Rat und dann heißt es, er sagte hier, und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Das heißt, der Gehorsam. Wenn wir Gott gehorchen, dann bekommen wir den Heiligen Geist. Menschen, die sich Gott nicht unterordnen wollen und eigentlich ist das eine mit dem anderen verbunden, wer sein Leben Gott übergibt, tut sich damit Gott unterordnen und ist auch bereit zu gehorchen, was Gott sagt. Und dann kann der Heilige Geist auch in unserem Leben wirken. Und der Weckung geschieht immer dort, an der Weckung heißt, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirkt, dass er unser Leben erfüllt und das auch sichtbar wird nach außen. Und es geschieht immer dort, wo Menschen sich Gott unterordnen, wo eine echte Hinwendung zu Gott geschieht und wo die Dinge dieser Welt Gott untergeordnet werden, wo Gott an die erste Stelle des Lebens gesetzt wird. Dann empfangen wir den Heiligen Geist und auch das, was er mitbringt, seine Geschenke, die er im Gepäck hat. Und die geistlichen Gaben, die denke ich, die sind wichtig. Das sind Geschenke. Warum? Weil Gott damit zeigt, dass wir mit ihm gemeinsam im Werk stehen dürfen. Dass Gott uns gebrauchen möchte. Es gibt keine größere Wertschätzung, als wenn jemand gebraucht wird. Wenn Kinder so drei Jahre alt werden, dann wollen sie unbedingt helfen. Beim Abwaschen helfen und beim Abtrocknen helfen, auch wenn sie alles fallen lassen und kaputt machen. Aber sie wollen helfen, weil sie groß sein wollen. Sie wollen gebraucht werden, weil sie merken, wenn ich gebraucht werde, bin ich groß, bin ich wichtig, dann bin ich jemand. Manchmal ist es auch mit alten Menschen so. Wenn ein alter Mensch nicht mehr gebraucht wird, dann ist es manchmal schwer für ihn. Deswegen ist es gut, wenn man nach alten Menschen irgendwo sich nützlich machen können. Gott möchte, dass wir nützlich sind. Er sieht unseren Wert und er gibt uns auch die Ausrüstung dafür, nämlich Gaben, Fähigkeiten, geistliche Gaben. Und wozu sind die geistlichen Gaben da? Wir lesen einmal 1. Korinther 12, Vers 7. 1. Korinther 12, wir werden das gleich noch ein bisschen ausführlicher anschauen. 1. Korinther 12, aber erst mal nur Vers 7. Dort ist der Zweck der geistlichen Gaben beschrieben. 1. Korinther 12, Vers 7, da sagt Paulus, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Und dann führt er auf, danach die ganzen Gaben, die es denn so gibt, die geistlichen Gaben. Erstens können wir hier sehen, dass in einem jeden sich Gottes Geist offenbart. Das heißt, jeder bekommt mindestens eine geistliche Gabe. Niemand kann sagen, Gott hat mich übersehen, bei mir gilt das nicht. Wenn Paulus sagt, in einem jeden, dann ist das ein jeder. Und hier steht es zum Nutzen aller. Das bedeutet, die geistlichen Gaben sind nicht für mich persönlich da, damit ich erbaut werde, damit es mir gut geht und damit ich schöne Gefühle habe. Die geistlichen Gaben sind zum Nutzen aller da. Zum Nutzen für die Gemeinde und auch für die Mission. Und das sehen wir in Epheser, Gebittel 4, ein bisschen deutlicher noch. Beschrieben, wir schlagen mal auf, Epheser, Gebittel 4 und dort die Verse 11 bis 14. Epheser, Gebittel 4, Verse 11 bis 14. Dort haben wir die geistlichen Gaben beschrieben und auch der Zweck und der Nutzen und das Ziel der geistlichen Gaben. Dort heißt es, und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hürden und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von einem jeglichen Wind einer Leere bewegen und umhertreiben lassen durch trügerische Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Nun, erstmal führt er hier einige geistliche Gaben auf, zwar Leitungsgaben, aber die gucken wir uns nachher ein bisschen genauer an. Schauen wir uns erstmal Abvers 12 an, was damit bezweckt werden soll. Er steht hier, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Wer sind die Heiligen? Die Heiligen ist die Gemeinde. Alle Gemeindeglieder. Und wenn sie zugerüstet werden sollen zum Werk des Dienstes, dann heißt das, dass diese Gaben, vor allem die Leitungsgaben dazu da sind, damit die Gemeinde wachsen kann. Eine Zurüstung zum Werk. Das heißt, dass die Gemeinde in die Lage versetzt wird, auch ihre Aufgabe zu erfüllen. Noch deutlicher zu sagen, damit jedes Gemeindeglied seine Gabe, die es hat, auch einsetzen kann. Dass sie es erkennen kann, dass sie geschult wird, wie kann ich sie einsetzen und auch geholfen wird, wenn sie sie einsetzt. Das ist die Aufgabe der Leiter der Gemeinde. Hier steht's. Die Leiter sollen nicht alles selber machen, sondern hier steht, die Leiter sollen die Heiligen zum Werk zurüsten. Ellen White sagt es noch deutlicher, sie sagt, wenn ein Prediger in eine Gemeinde kommt, ganz früher waren die Prediger übrigens keine Gemeindeprediger, früher waren die Prediger Wanderprediger und die Gemeinden haben sich selber organisiert und irgendwann kam dann das auf, dass ein Prediger eine Gemeinde betreut hat. Ob das gut ist, sei hingestellt, aber es ist heute so. Und sie sagt, wenn ein Prediger an einen Ort kommt, wo eine Gemeinde schon da ist, dann ist seine erste Aufgabe nicht zu missionieren, sondern die Gemeindeglieder auszubilden und zuzurüsten, damit sie missionieren können. Wenn ich mir das heute anschaue, dann ist in vielen Bereichen, ja, muss ich sagen, dass wir Prediger dem Auftrag in vielen Bereichen nicht nachkommen. Deswegen ist die Ausbildung zum Dienst wichtig. Wir werden demnächst wieder eine Ausbildung in Leonberg starten. Also, das Zweite ist, dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Der Leib Christi ist die Gemeinde. Die Gemeinde soll erbaut werden. Erbaut werden heißt, dass die Gemeinde wachsen kann und zwar wachsen nach innen und nach außen. Deswegen gibt es Gaben in der Gemeinde, die für die Gemeinde selbst da sind, intern, Gaben der Diakonie und der Pflege untereinander, dass die Gemeinde wachsen kann, in der Beziehung untereinander, im Glauben wachsen kann, in der Lehre wachsen kann, aber auch missionarische Gaben, damit die Gemeinde zahlenmäßig wachsen kann. Der Leib Jesu wird dadurch erbaut. Und dann ist das Ziel, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Das Ziel ist die Einheit des Glaubens. Warum? Weil es einige Gaben gibt, die zur Einheit führen. Und wenn diese Gaben nicht anerkannt werden, dann kann es auch keine Einheit geben. Zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis. Und das hängt damit zusammen. Hier steht, zum vollendeten Mann, zur vollen Maß, der Fülle Christi. Das heißt, zur geistlichen Reife, zur Christusähnlichkeit. Die Gaben, mit denen wir uns untereinander dienen, sollen dafür helfen, dass wir wachsen können. Und zwar derjenige, der seine Gaben einsetzt, ist der, der selbst am meisten davon profitiert. Also wenn ich heute predige, dann bin ich der, der heute am meisten profitiert von meiner eigenen Predigt. Deswegen also, wenn ihr mal profitieren wollt, haltet meine Predigt. Ich denke, einige von euch können das bestimmt. Wenn ich Bibelstunden gebe, dann bin ich derjenige, der die Bibelstunden gibt, der, der am meisten von profitiert. Wir wachsen dadurch. Und dieses Profitieren, dieses Wachsen, wünsche ich allen von uns. Aber natürlich auch die, die durch die Gaben profitieren, die das empfangen, die wachsen auch dadurch. Das heißt, dass wir gemeinsam wachsen können, wenn wir unsere Gaben einbringen in die Gemeinde. Und, dass wir nicht mehr unmündig sind und uns von einem Wind der Leere hin und her treiben lassen. Wie schafft man das, Standfestigkeit in der Leere zu bekommen? Wir haben gerade das beste Beispiel von dem Septemberheft 2023, Adventisten heute. Wie gehen wir damit um? Mit dieser LGBTQ-Bewegung. Ich denke, wir brauchen ein festes Fundament, auf dem wir stehen. Und das bekommen wir, indem wir die Bibel, Gottes Wort, kennen und studieren und auch unterscheiden können zwischen richtig und falsch. Und es gibt auch die Gabe, die Geisterunterscheidung, werden wir uns gleich genauer anschauen. Nicht jeder hat diese Gabe, aber jeder kann unterscheiden. Denn jeder soll standfest werden in der Leere. Aber der, der diese Gabe besonders hat, soll sie auch einsetzen. Und wenn die anderen das anerkennen, dass diese Person die Gabe hat, dann kann das dazu führen, und dass man Festigkeit in der Lehre bekommt. Wenn falsche Lehren kommen, dass man dadurch nicht aus der Bahn geworfen wird und nicht jedem Wind hinterherläuft, der irgendwo gerade weht. Deswegen ist es auch mein Ziel, wenn wir gemeinsam Seminare haben oder auch sonst zusammen sind oder Gebetskreis oder auch Predigten, dass wir feste werden, dass wir wissen, was wir glauben. Und wenn falsche Dinge aufkommen, dass wir das unterscheiden können, Wahrheit von Irrtum. Das ist das Ziel der geistlichen Gaben. Und wir wissen, jeder bekommt mindestens eine Gabe. Gut, jetzt lassen Sie uns mal die Gaben genauer anschauen. Welche Gaben gibt es denn? Wir haben im Neuen Testament fünf sogenannte Gabenkataloge, wo die Gaben aufgeführt werden. Und zwar wichtig ist, diese Kataloge sind nicht alle umfassend. Hier werden nicht in jedem Katalog alle Gaben aufgeführt, sondern immer nur stichpunktmäßig. Aber man kann mal alles zusammentragen und fassen. Und daran sehen wir auch, dass es noch mehr Gaben gibt als nur die, die hier aufgeführt sind. Fangen wir einmal an in Römer 12. In Römer 12 finden wir die erste Aufzählung von geistlichen Gaben. Römer 12, die Verse 6 bis 8. Römer 12, die Verse 6 bis 8. Und wir haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben? Der übe sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben? So diene er. Ist jemand Lehre gegeben? So lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben? So ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor? So sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit? So tue er es gern. Interessant ist, dass Paulus hier nicht nur verschiedene Gaben aufführt, die es in der Gemeinde gibt, sondern er sagt auch gleich, wie wir das ausführen sollen. Er spricht die Motivation an. Denn das Problem ist, das finden wir nachher bei den Korinthern, dass es Gemeinden gibt, die haben sehr viele Gaben und auch sehr viele schöne und gute Gaben, aber wenn sie nicht geistlich, nicht mit einem liebevollen Herzen ausgeführt werden, dann können sie zum Negativen wirken. und von daher hat er hier die Motivation angesprochen, dass wir es in der richtigen, im richtigen, in der richtigen Gesinnung tun sollen und dass wir, dass wir es als Dienst sehen und nicht als, als herrschen über die anderen. Und ich denke auch, wichtig ist, dass nicht jemand denkt, meine Gabe, die ich habe, ist wichtiger als deine Gabe, sondern dass alle Gaben wichtig sind. Ich hatte letztens mal eine Geschichte erzählt, die kann ich Ihnen nochmal erzählen, da war, es war zu der Zeit, als damals man Orgeln gespielt hat, die Pfeifenorgeln, aber da gab es noch keine elektrischen Blasebälge, die die Luft durch die Pfeifen gemacht haben. Da musste jemand hinten sitzen und mit den Pedalen treten, damit Luft durch die Pfeifen geht und auch man was hört. Und da saß immer ein Junge dort hinten, der musste dann treten, wenn der Pianist, nicht der Pianist, der Organist, schöne Stücke gespielt hat. Eines Tages war ein Organist, ein ganz berühmter und der hat gespielt und die Leute waren begeistert und dann haben die Leute geklatscht und geklatscht und dann sagt der Organist, ja, das ist das Ergebnis meines Könnens. Und ja, naja, und dann wollte er das nächste Stück spielen und er fängt an zu spielen und nach zwei Takten war Stille. Und er wundert sich und spielt und guckt und nichts passiert, ja. Und dann guckt er nach hinten zu dem Jungen und der hat aufgehört zu treten. Und dann schimpft den Jungen und sagt, warum trittst du nicht? Und dann sagt der Junge, es ist das Ergebnis unseres Wirkens. Das heißt, auch wenn der Organist vielleicht eine schönere Gabe hatte, die Tasten in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen Tempo zu drücken, ohne den Jungen konnte er das nicht. Das heißt, auch wenn der Junge nur die Pedale getreten hat, aber es war genauso notwendig, um schöne Musik zu produzieren, wie der Organist. und so denke ich, sollte man nicht die Gaben eines anderen geringschätzen. Jeder, jede Gabe wird gebraucht. Wenn wir heute Aufnahmen hier haben, dann werden viele Helfer gebraucht. Der eine, der spricht, jemand, der die Technik bedient und die richtigen Knöpfe drückt, jemand, der an der Kamera sitzt und dort die Kamera überwacht und teilweise einstellt. Es werden viele Helfer gebraucht für verschiedene Aufgaben und alle sind wichtig. Deswegen ist die richtige Einstellung, wie wir die Gaben anwenden und einsetzen. Gut, aber hier haben wir schon mal einige Gaben, wie zum Beispiel die Lehre und der prophetischen Rede und Ermahnung und so weiter und Barmherzigkeit. Wir werden gleich die Gaben ein bisschen zusammenfassen und mal uns anschauen, was es so für Gaben gibt. Epheser 4, lesen wir noch einmal. Epheser 4, Vers 11, Dort haben wir eine kurze Gabenliste. Dort heißt es, und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Das sind vor allen Dingen hier Leitungsgaben. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Kommen wir zum Korintherbrief. Im 1. Korinther 12 haben wir ja noch mal eine Gabenliste. 1. Korinther 12, Verse 7 bis 11. Dort heißt es, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden. Nach demselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist. Einem anderen die Gabe gesund zu machen in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Wichtig ist in Paulus hier, dass es alles durch einen Geist geschieht. Das betont er immer wieder. Die Gaben sind sehr vielfältig und wir brauchen vielfältige Gaben, aber trotzdem führen sie zur Einheit. Warum? Weil es ein Geist ist, ein Heiliger Geist, der diese Gaben auch gibt. Und wenn wir sie unter dem Haupt des Leibes, Jesu Christi, anwenden, dann wird es auch zur Einheit führen. Denn die Einheit ist ja genau das Ziel. Diese verschiedenen geistlichen Gaben könnten, wenn jeder es egoistisch braucht, zur Spaltung führen in der Gemeinde. Aber in dem Moment, wo wir uns Jesus unterstellen, dem Heiligen Geist unterstellen, wird es zur Einheit führen, weil der Heilige Geist die Einheit gibt, die Einheit in der Wahrheit. Hier haben wir verschiedene Gaben, die aufgeführt werden. Wir werden sie gleich genauer anschauen und zusammenfassen. Dann haben wir im gleichen Kapitel in Vers 28 bis 31 noch einmal verschiedene geistliche Gaben aufgeführt. 1. Korinther 12, Verse 28 bis 31. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, 1. Apostel, 2. Propheten, 3. Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Sind alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer, sind alle Wundertäter, haben alle die Gabe gesund zu machen, reden alle in Zungen, können alle auslegen, strebt aber nach den größeren Gaben. Das heißt, hier haben wir auch verschiedene Gaben aufgeführt und was Paulus hier wichtig ist, dass er sagt, nicht alle haben die gleiche Gabe. Nicht alle sind Propheten und nicht alle sind Lehrer oder Wundertäter. Das heißt, es gibt verschiedene Menschen in der Gemeinde, die verschiedene Fähigkeiten, Begabungen, Gaben von Gott bekommen haben. Und der fünfte und letzte Bericht von den geistlichen Gaben finden wir in 1. Korinther 13, Verse 1 bis 3. Dort werden die Gaben mit der Liebe verbunden. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Kenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, dann hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen, dann hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts Nütze. Hier haben wir nochmal den Hinweis, dass die Gaben wichtig sind, aber die Gaben ohne die Liebe nicht nur nichts Nütze sind, sondern eigentlich auch schädlich sind. Sie können auch egoistisch eingesetzt werden, falsch eingesetzt werden. Ja, jetzt wollen wir uns mal die Gaben ein bisschen anschauen. Es werden folgende Gaben hier aufgeführt. Ich fasse mal von allen fünf Katalogen jetzt zusammen. Gaben. Erstens haben wir übernatürliche Gaben. Das heißt, Gaben, die Fähigkeiten sind, die nicht den menschlichen normalen Fähigkeiten entsprechen, die übernatürlich sind. Das sind vier Gaben. Die Gabe der Prophetie. Das heißt, das ist, wenn jemand von Gott als Prophet berufen wird. Das ist ganz wichtig, weil diese Gabe in vielen Kreisen, freikirchlichen Kreisen und auch mittlerweile in adventistischen Kreisen, falsch definiert wird. Viele sagen, die Gabe der Prophetie bedeutet, dass ich Prophetie richtig auslegen kann. Ist aber nicht so. Diese Gabe heißt, das ist die Gabe der Erkenntnis, der Erkenntnisrede. Prophetie verstehen zu können, das biblische Wort verstehen zu können und auslegen zu können. Die Gabe der Prophetie bedeutet, dass Gott einen Menschen beruft als Prophet, dass er eben Träume und Visionen gibt. Das ist übernatürlich. Und dass er dann von Gott berufen ist, diese Botschaften, die er von Gott bekommen hat, weiterzugeben. Entweder an mehrere Personen oder an einzelne Personen. Das ist die Gabe der Prophetie. Zweitens, die zweite übernatürliche Gabe, Gabe Wunder zu tun. Das ist natürlich übernatürlich. Drittens, die Gabe des Heilens. Obwohl diese könnte auch durchaus natürlich sein, wenn wir die natürlichen Heilmethoden anwenden, können wir auch Menschen heilen, obwohl nicht die Methoden heilen, sondern Gott ist immer, der heilt und der Körper kann sich selbst heilen durch die Selbstheilungskräfte, aber man kann helfen im Heilungsprozess. Aber ich denke, hier ist vor allen Dingen das Heilen gemeint, was auch damals Jesus getan hat, indem er Menschen durch Wunderheilung geheilt hat oder auch die Apostel. Und auch Wunderheilungen sind eine geistliche Gabe, die auch in der Gemeinde vorkommen. Und viertens, die Sprachengabe. Zungenrede bedeutet nicht dieses Kauderwelsch, was von den Charismatikern im Pfingstland oftmals gesprochen wird. Das ist keine geistliche Gabe der Bibel, sondern Zungenrede heißt Sprachengabe. Das heißt, dass ich in anderen Sprachen sprechen kann, die ich nicht gelernt habe, um das Evangelium zu verkündigen. Zum Beispiel, wenn ich als Missionar irgendwo in ein anderes Land gehe nach Afrika, auf einmal kann ich eine Sprache sprechen, um die Menschen dort zu erreichen, die ich aber nicht gelernt habe. Das sind also vier übernatürliche Gaben. Diese Gaben können wir uns nicht selber aussuchen. Und wer diese Gabe hat, merkt natürlich, dass er sie hat. Also von daher, da muss man nicht lange rätseln, habe ich die Gabe, habe ich sie nicht. Also wenn du noch niemanden durch Wunderheilung geheilt hast, dann hast du wahrscheinlich nicht die Gabe der Wunderheilung. Aber es könnte ja sein, dass Gott zu bestimmten Zeitpunkten diese Gabe auch bestimmten Personen gibt. Der nächste Bereich sind die Leitungsgaben. Gaben, die eine gewisse Leitungsfunktion in der Gemeinde mit beinhalten. Das ist einmal die Gabe der Leitung, die Paulus direkt anspricht. Natürlich kann es auch Menschen geben, die manche solche Leitungsfähigkeiten haben, die jetzt nicht läubig sind. Wenn jemand Manager in einer großen Firma ist, dann kann er auch die Gabe der Leitung haben, obwohl ich manchmal den Eindruck habe, dass nicht alle, die hohe Positionen in irgendwelchen weltlichen Firmen haben, auch die Gabe der Leitung haben. Manche haben sich nur gut durchsetzen können, aber tun so viel Unheil anrichten durch ihre Art, wie sie leiten, dass es dem Konzern mehr schadet als nützt. Und von daher ist nicht jeder, der eine Leitungsaufgabe hat, automatisch, dass er die Gabe der Leitung auch hat. Aber in der Gemeinde ist die Gabe der Leitung. Und die Gabe der Leitung heißt nicht, nicht, dass ich alles gut machen kann, sondern das heißt, dass ich gut organisieren kann, aber dass ich auch, ein Leiter hat immer die Aufgabe, dass ich so leiten kann, dass andere sich gerne einsetzen im Dienst. Also wenn du ein Leiter hast, wo du, wenn du ihn siehst, Bauchschmerzen bekommst und ihm immer aus dem Weg gehst und auch nur noch deinen Dienst nach Vorschrift machst, dann ist irgendwas nicht gut gelaufen in der Gabe der Leitung. Gabe der Leitung heißt, dass er eine Atmosphäre schaffen kann, dass man sich gerne mit einbringt in den Dienst. Eine weitere Leitungsgabe ist die Apostel. Apostelgabe. Natürlich waren damals die Apostel, die zwölf Apostel, die von Jesus, mit Jesus gegangen waren. Und warum hatten sie eine hohe Autorität? Ganz einfach, wenn es eine Streitfrage gab, und man die Apostel fragte, dann konnten sie sagen, ja, ich erinnere mich, Jesus hat damals dort am See Genezareth das und das gesagt. Sie konnten also als Augenzeugen berichten, was Jesus gesagt hatte und was Jesus gesagt hatte, war natürlich gesetzt. Das galt. Das war das, was wichtig war. Und von daher hatten die Apostel eine Autorität, weil sie Jesus selbst erlebt hatten. Aber als sie gestorben waren, haben wir heute noch die Apostelgabe? Ja. Und zwar Apostel heißt eigentlich von der Grundbedeutung her der Gesandte. Apostel, es gab auch damals schon Apostel, die nicht direkt die zwölf Apostel waren. Paulus zum Beispiel war auch ein Apostel und der war nicht mit Jesus gegangen. Apostel sind eigentlich, ich sage, Gemeindegründer oder auch Leiter, übergeordnete Leiter. Also jetzt nicht Gemeindeleiter, sondern in übergeordneten Stellenleiter. Damals hatten sie ein Apostelkonzil gehabt, wo sie zusammengekommen waren, um bestimmte Fragen zu diskutieren und zu entscheiden. Dann Evangelist. Evangelist sind Menschen, die die Gabe haben, das Evangelium so zu verkündigen, dass andere Menschen dadurch zu Jesus finden. Hirte. Hirten, eigentlich ist das Wort für Hirte, heißt heute Pastor. Pastor ist das Fremdwort für Hirte. Das ist jemand, der in der Seelsorge sich um andere Menschen kümmert, der die Gabe hat, Menschen, wenn er mit ihnen spricht, zu stützen, aufzubauen, zu helfen, zu verstehen, weiterzuführen und ja, dass sie den Weg mit Jesus gehen können. Die Gabe des Lehrens. ich denke, Predigen und Lehren sind zwei verschiedene Dinge. Predigen ist gut, Lehren ist genauso wichtig. Und ich habe den Eindruck, dass in unserer Freikirche das Lehren mehr und mehr weniger Bedeutung bekommen hat. Es werden viele Predigten gehalten, die aber auch mal so oberflächlich sind und manchmal so leicht sind, dass sie wenig Tiefgang haben, wenig Stoff haben zum Festhalten. Lehren bedeutet, dass man die biblischen Lehren studiert, in die Tiefe geht und in der Tiefe verwurzelt wird. Natürlich muss mit dem Lehren auch das Predigen dazukommen, denn das Lehren hat erstmal nur die Theorie, dass ich die Theorie verstehe. Und die müssen wir verstehen, um ein Fundament zu haben. Und wenn man die Theorie nicht mehr hat, wenn man die Theologie nicht mehr hat, die biblische Lehre nicht mehr hat, dann fängt man zu schwimmen und dann kommen falsche Lehren und man ist irgendwo. Aber dann muss zu der biblischen Lehre muss dann auch das Praktische dazukommen und das muss in der Predigt geschehen, dass man die Lehre mit der Praxis verbindet, die Aktualisierung, wie man es im Leben das umsetzt. Denn die Gabe der Geisterunterscheidung, das bedeutet, dass ich erkenne, wo ist Gottes Geist und wo ist er nicht. Und je näher wir die Endzeit kommen, desto mehr brauchen wir diese Gabe. Warum? Weil Satan immer geschickter Dinge erfindet, die so nah neben der Wahrheit liegen, dass man sie kaum noch unterscheiden kann. Und er vermischt Wahrheit mit Irrtum. Und zu erkennen, das ist Wahrheit und hier ist die Grenze, das ist wichtig. Denn wir dürfen nicht vom falschen Geist verführt werden. Und wir dürfen aber nicht den richtigen Geist ablehnen. Deswegen ist es wichtig, diese Gabe, ich denke, in der Endzeit ist das umso wichtiger, diese Gabe zu haben oder auch anzuerkennen bei denjenigen, die sie haben. Dann haben wir die Weisheitsrede und die Erkenntnisrede. Die Erkenntnisrede ist etwas, dass ich Gottes Wort verstehe, dass ich es tief verstehe und dass ich es auch weitergeben kann, das, was ich verstanden habe in Gottes Wort, dass auch andere das verstehen können. Und die Weisheitsrede bedeutet, dass ich das dann, was ich verstanden habe, auch anwenden kann. Denn Weisheit bedeutet, das, was Gott mir gezeigt hat, auch umzusetzen. Und zwar so umzusetzen, dass es eine Hilfe und ein Segen ist für mich und für alle anderen. Denn es gibt manche, die haben große Erkenntnisse, aber können damit nichts anfangen und können das auch nicht umsetzen. Deswegen gehört das zusammen, das Erkennen des Wortes Gottes und das zu praktizieren. Das sind die Leitungsaufgaben. Ich tue nochmal zusammenfassen. Das sind acht Gaben, acht Leitungsaufgaben. Gabe der Leitung, Apostelgabe, drittens Evangelist, viertens der Hirte, fünftens Gabe des Lehrens, sechstens Gabe der Geisterunterscheidung, siebentens Gabe der Weisheitsrede und achtens Gabe der Erkenntnisrede. Und dann haben wir noch allgemeine Gaben. Das sind zum Beispiel die Gabe des Übersetzens. Luther übersetzt hier oder Luther Bibel übersetzt mit Auslegen der Zungenrede. Das bedeutet, im Grundtext steht hier eigentlich Zungenrede, sprich Sprachenrede, Sprachangabe und dass ich sie übersetzen kann. Nicht jeder, der eine Sprache versteht, eine Fremdsprache versteht, kann sie auch übersetzen. Also manche können Englisch, gut Englisch, aber wenn sie übersetzen sollten, dann kommt so ein Durcheinander bei ihnen raus, dass das nicht anzuhören ist. Also deswegen, eine Sprache zu können, aber sie zu übersetzen zu können, ist eine Extragabe, dass man auch versteht, wie das, was der andere jetzt in der anderen Sprache gesagt hat, in meiner Sprache optimal wiedergegeben werden kann, dass es auch gut verstanden wird. Und dabei geht es nicht darum, dass man Wort für Wort überträgt, sondern dass man den Sinn so gut rüberbringt, dass die Zuhörer das verstehen. Die Gabe des Helfens ist wieder extra aufgeführt. Die Gabe des Helfens. Hilfsbereitschaft ist eine wichtige geistliche Gabe. Die Gabe der Ermahnung. Das ist etwas Interessantes. Wenn ich euch fragen würde, wer von euch hat die Gabe der Ermahnung? Manchmal ist es so, dass die, die glauben, sie hätten die Gabe, gerade diese Gabe nicht haben. Manchmal sind diejenigen, die andere viel ermahnen, das in einer Art und Weise tun, die vielleicht nicht immer gut ankommt. Woran kann man erkennen, ob ich die Gabe des Ermahnens habe? Das kann man daran erkennen, wenn ich jemanden, mit ihm jemanden spreche, der Ermahnung braucht, der vielleicht irgendwo falsch liegt, dass ich so mit ihm spreche, dass er motiviert und gewillt ist, sein Leben zu verändern. Und das ist nicht ganz einfach immer. Natürlich, es gelingt nicht immer, auch Jesus hat mit Menschen gesprochen, Jesus hat die Gabe natürlich gehabt, Jesus hat alle Gaben gehabt. Aber auch bei ihm gab es Menschen, die haben seine Ermahnung nicht angenommen. Der reiche Jüngling. Aber es gab auch Tausende und Abertausende, die haben es angenommen und sind den Weg gegangen. Die Gabe des Gebens. Natürlich sollten wir alle geben. Also wir können jetzt nicht sagen, ich habe die Gabe nicht, also lass die anderen ruhig geben. Nein, jeder sollte geben. Der Zehnte ist von Gott für alle vorgesehen. Manche, die haben so eine Freude daran, besondere finanzielle Gaben für Gottes Werk zu geben oder besonders Projekte zu unterstützen. Und dadurch kann Gottes Werk gezielt aufgebaut und geholfen werden. Die Gabe des Gebens ist etwas Schönes. Und diese Gabe ist nicht abhängig von dem, wie viel ich habe. Nicht nur die Millionäre können diese Gabe haben. Jesus sagte zu der Witwe, die zwei Pfennige gegeben hat, sie hat mehr gegeben als alle anderen. Sie hat die Gabe des Gebens gehabt. Sie hat alles gegeben, was sie hatte. Und sie hat es gerne gegeben. Die Motivation steht dahinter, wie ich gebe. Gabe der Barmherzigkeit. Eigentlich sollten wir alle barmherzig sein. Aber manche haben besonders die Gabe, wenn jemand irgendwo in Not ist, wenn jemand auf dem falschen Weg ist, so Barmherzigkeit zu zeigen, dass der andere sich angenommen fühlt und sich wohlfühlt und sich wertgeschätzt fühlt. Meistens hängt diese Gabe der Barmherzigkeit zusammen mit der Gabe der Seelsorge. Denn ich kann nicht ein guter Seelsorger sein, ohne barmherzig mit den Menschen zu sein. Und wer diese Gabe hat, es ist schön, sie einzusetzen. sich um Menschen zu kümmern, Menschen aufzubauen. Und die Gabe des Glaubens. Eigentlich haben wir alle diese Gabe. Den Glauben an Jesus haben wir alle. Aber manche haben eine besondere Gabe. Und zwar diese besondere Gabe bedeutet, dass ich in Situationen, wo alles dunkel scheint, wo es keinen Ausflieg scheinbar gibt, sage, ich glaube, Gott wird helfen. Dass man in extremen Situationen Gott vertraut. Es gibt einen Weg. Und andere ermutigt, einen anderen aufbaut, im Glauben festzubleiben. Es gibt Menschen, die glauben unerschütterlich. Die Gabe des Glaubens. Und dadurch können andere, die manchmal vielleicht schwach werden und schwankend sind im Glauben, können durch diesen Glauben mitgezogen werden und auch wieder zum Glauben finden. Denn es gibt noch andere Gaben, die Paulus, das sind jetzt zwei, vier, sechs Gaben, die Paulus aufführt, die allgemeine Gaben sind. Erstens die Gabe der Übersetzung. Zweitens die Gabe des Helfens. Drittens die Gabe der Ermahnung. Viertens die Gabe des Gebet. Fünftens die Gabe der Barmherzigkeit. Und sechstens die Gabe des Glaubens. Denn es gibt noch viel mehr Gaben, die hier nicht erwähnt sind. Zum Beispiel eine Gabe, glaube ich, ist die Gabe des Gebets. Natürlich, beten sollten wir alle. Aber manche haben die Gabe, besonders im Gebet mit Gott verbunden zu sein. Der Bruder Monod hatte das. Vielleicht kennt ihr ihn. Er hatte das Buch geschrieben, Eine Reise in die Welt des Immunnatürlichen. Und auch das Buch, Nicht zu fassen, diese Bücher, diese drei Bände. Und er hat eine Gebetsliste von mehreren tausend Gebetsanliegen gehabt. Und er hat stundenlang gebetet für diese ganzen Anliegen. Übrigens auch für unsere Tochter hat er gebetet. Hat er auf unserer Liste gehabt. Aber er ist vor einigen Jahren gestorben. Und manchmal merkt man auch, wenn jemand im Gottesdienst von hier vorne betet, dass bei manchen Personen, wenn sie beten, merkt man auf einmal, die haben die Gabe des Gebets. Dann merkt man, da ist eine Kraft dahinter, da ist eine Innigkeit dabei. Diese Personen haben die Gabe des Gebets. Die sollte man wissen und kennen, diese Personen. Und die sollten sich aber auch trauen, auch zu beten dann. Oder auch im Gebetskreis. Das ist auch wichtig und gut. Es gibt aber auch noch Folgendes. Es gibt auch Gaben, die wir von Natur aus haben. Aber auch die Gaben sind von Gott gegeben. Gott in die Wiege uns hineingelegt hat. Und wenn wir diese Gaben für Gott einsetzen, für die Gemeinde einsetzen, dass sie denn zu geistlichen Gaben werden. Zum Beispiel die Gabe der Musik. Manche sind von Natur aus musikalisch. Und mit manchen kann man stundenlang das Singen üben, aber sie können nicht singen. Es ist so. Aber manche, die singen einfach und die können das. Oder Klavier spielen. Ja, natürlich üben muss man immer. Manche können gut spielen, weil sie Stunden geübt haben und Monate geübt haben. Aber manche, denen fällt es fast in den Schoß. Und wenn jemand die Gabe der Musik hat, dann kann er die Musik einsetzen zum Negativen. Er kann schlechte Musik machen. Er kann sie aber auch für Gottes Sache einsetzen. Und gute, geistliche Musik machen. Und in dem Moment wird diese Gabe zur geistlichen Gabe. Oder die Gabe der Technik. Manche haben ein Verständnis für Technik. Und sie haben Freude daran. Und es klappt alles. Und man kann sich darauf verlassen, wenn die da sitzen, dann weiß man genau, es läuft, es funktioniert. Es sei denn, wenn ein Stromausfall kommt. Aber da kann die dann auch nichts dafür. Aber man kann diese Gabe einsetzen für ungeistliche Dinge. Man kann sie aber auch einsetzen für die Gemeinde. Und ich bin froh, dass wir Techniker haben, die hier versorgen, dass die Betragungen laufen, dass wir den Ton haben und dass das Video läuft und dass das Internet läuft und der Livestream läuft. Es ist, vielen Dank. Es gibt Menschen, die haben die Gabe der Schriftstellerei. Ja. Es gibt Menschen, die haben die Gabe, etwas zu formulieren und so zu formulieren, dass man es gerne liest. Und ich denke, der Gerhard Padderatz hat so eine Gabe. Wenn der etwas schreibt, das kann man mit Begeisterung lesen. Und da kann man stundenlang lesen und das wird nicht müde, das zu lesen. Wenn jemand diese Gabe hat, sollte er das nutzen. Da auch etwas, natürlich kann man mit Schriftstellerei, kann man auch schlimme Dinge schreiben, kann aber auch gute Dinge schreiben. Oder die Gabe der Kreativität. Man kann Kreativität zum Negativen ausanwenden, aber man kann sie auch anwenden für die Gemeinde. Zum Beispiel die schönen Blumen und die Arrangements, die wir hier haben oder Dekorationen und so weiter. Eine Gabe oder auch unser Beet, was wir draußen haben. Kreativität, dass es einfach schön ist. Gott ist ein Gott, der Schönheit liebt, der Ästhetik liebt. Er hat die Welt schön gemacht. Und Gott freut sich und hat auch manchen Menschen Gaben gegeben, kreativ zu sein, um das auch dann in der Gemeinde mit anzuwenden und einzusetzen. Ich denke so, wenn jeder seine Gaben einbringt, dann funktioniert es. Wenn aber jetzt jemand seine Gaben, die er hat, nicht einsetzt und jemand anders muss das tun, der diese Gabe nicht hat. Stell dir vor, jemand müsste die Blumen hier arrangieren, der die Gabe nicht hat. Wahnsinn, wie es denn hier vorne aussehen würde. Dann würden wir sagen, lieber keine Blumen als sowas vielleicht. Aber deswegen, wenn jemand eine Gabe hat, aber sie nicht einsetzt, dann hat die Gemeinde einen Mangel. Dann fehlt etwas. Und wir merken da schon länger, dass wir hier in Leomberg, wir bräuchten schon länger einen Organisten oder einen Pianisten, der uns begleitet zum Gesang. Wenn wir eine Gabe vermissen, dann fehlt etwas. Ich meine, wir kommen noch gut zurecht mit der Technik, zum Glück haben wir die Technik, aber Gaben sind wichtig. Deswegen freuen wir uns auch immer, wenn wir einen Nennungsausschuss haben, wenn Gemeindeglieder bereit sind, ihre Gaben, die sie von Gott erkannt haben, einzusetzen. Und ich freue mich, dass wir in Leomberg hier eine sehr positive Zusammenarbeit haben in diesem Punkt. Dass viele bereit sind, ihre Gaben einzusetzen. Und je mehr bereit sind, mitzumachen, desto schöner ist es. Jeder hat einen Segen davon. Hat Jesus geistliche Gaben gehabt? Ja, natürlich. Natürlich, das Problem ist, je mehr geistliche Gaben ich habe, desto mehr werde ich gefordert. Jesus hatte, denke ich, er hatte die Gabe der Heilung, der Wunder, der Prophetie, der Predigt, des Lehrens, des Führens und er hat seine Gaben eingesetzt zum Dienst, zum Segen für die Menschen. Vielleicht noch ein Gleichnis zum Schluss. Matthäus 25, Verse 14 bis 30. Das Gleichnis von den verschiedenen Talenten. Matthäus 25, Vers 14 bis 30. Es war wie er mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem anderen zwei, dem dritten einen, an jeden nach seiner Tüchtigkeit. Und er zog fort. Zugleich aber ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf dazu. Ebenso auch, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere dazu. Der bei einem empfangen hatte, ging hin, hob ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat er zu, der fünf Zentner empfangen hatte und legte weitere fünf Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir fünf Zentner anvertraut, siehe da, ich habe fünf weitere damit gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du wirst über wenigen getreu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Gehe hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch Herr zu, der zwei Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir zwei Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit zwei weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, Recht so, du treuer und tüchtiger Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Gehe hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch Herr zu, der einen Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst einen, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe da, hast du das Deinem. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechselern bringen sollen und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihm dem, der zehn Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Und ein unnützen Knecht werft sich in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Das ist ein Gleichnis dafür, dass Gott uns Gaben gegeben hat, geistliche Gaben, Fähigkeiten. Übrigens interessant ist, dass der Herr hier sagt, was du mit meinem Geld getan hast. Das heißt, die Gaben, die wir haben, sind nicht unsere Gaben, es sind Gottes Gaben. Und wir dürfen sie verwalten, genauso wie aller Besitz, den wir haben. Gehört nicht uns, es gehört Gott. Gott ist der Besitzer. Alles, diese Erde. Aber wir dürfen es verwalten. So ist es auch mit den Gaben, dass wir sie verwalten dürfen. Und wenn wir sie einsetzen für Gottes Werk, was geschieht dann? Sie bringen Segen, sie bringen Frucht, sie vervielfältigen sich. Und es wird für uns selbst zum Segen. Und der eine, der sie nicht eingesetzt hat, warum hat er sie nicht eingesetzt? Er hatte ein falsches Gottesbild. Er dachte, Gott wäre ein harter, böser, grausamer Gott, der Unrecht tut. Lasst uns unsere Gaben, die wir haben, erkennen und einsetzen. Dann wird es für uns zum Segen sein und auch für andere. Ich denke, dass dieses Gleichnis uns zeigen will, dass Gott nicht etwas verlangt, was nicht möglich ist für uns. Er hat von dem, der zwei Zentner bekommen hat, nicht verlangt, dass er fünf weitere bekommt, sondern jeden macht seine Möglichkeiten. Gott wird uns am Ende beurteilen, nach dem, was wir an Licht hatten, was wir an Gaben und Fähigkeiten hatten. Und ich muss sagen, wir als Adventisten haben das Vorrecht, dass Gott uns viel Licht gegeben hat. Deswegen haben wir auch eine ganze Menge Verantwortung. Aber es ist auch schön so, denn wenn wir es einsetzen, unser Wissen, unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, dann haben wir auch einen umso größeren Segen davon. Denn Jesus sagt, wer viel hat, dem wird gegeben. Das heißt, wer im Glauben, in der richtigen Gesinnung sich für Gott einsetzt, wird den Segen davon bekommen. Jetzt ist die letzte Frage, woher kann ich wissen, welche Gabe ich habe? Erstens, lass dich taufen, denn die Gaben kommen erst nach der Taufe. Denn die Gaben sind ja für die Gemeinde da. Und erst wenn du getauft bist, bist du ein Teil der Gemeinde und dann wirst du auch die Gaben haben, dass die Gemeinde gebaut wird. Lass dich taufen. Zweitens, in den meisten Fällen erkennt man schon von sich selbst, welche Gaben man hat. Erstens, indem man einfach das, was man kann, tut. Wenn ich gut zuhören kann, dass ich mit Geschwistern rede, dass ich mir ihre Sorgen anhöre, dass ich zuhöre, dass ich sie aufbaue, dann merke ich auf einmal, ich habe die Gabe der Seelsorge. Dass ich merke irgendwo, wenn ich etwas tue, dass es mir Freude macht. Zu manchen Dingen muss man sich auch ein bisschen überwinden. Wenn ich auf die Straße gehe, wie heute Nachmittag, mit dem Bollerwagen, dann muss man sich erst mal überwinden vielleicht, mit Menschen anzusprechen. Aber wenn man es tut, wenn Menschen ins Gespräch kommen, auf einmal merkt man hinterher, welche Freude das gibt, Zeugnis zu geben. Deswegen, manchmal sollte man auch verschiedene Gaben ausprobieren. Auch wenn es einem Anfang schwerfällt. Ich habe schon von manchen erlebt, die glaubten nicht, dass sie die Gabe des Predigens hätten. Und ich habe einen Predigkurs gemacht, Schulung für Predigen. Und sie haben einfach mal mitgemacht, einfach, weil sie dachten, vielleicht kann ich es ja. Und sie sind so gute Prediger, seien Prediger geworden, wo ich sagen muss, das ist erstaunlich. Also manchmal ist es auch gut, wenn man einfach mal sich umschaut, sich schulen lässt, ausprobiert, und auf einmal, und dann merkt man schon, während dieser Schulung, entweder ich kann es oder ich kann es nicht. Manche haben eine Schulung mitgemacht, wo ich hinterher gesagt habe, naja, ich glaube, dass du diese Gabe nicht hast, zu predigen. Ich habe sie auch nicht eingeteilt, zur Predigt dann. Aber manche haben diese Gabe und haben sie damit Freude eingesetzt. Deswegen lasst die Schulen, probier es aus, auch Sabbatschulklassen zu halten, die Gesprächsgruppen in der Sabbatschule. Einfach ausprobieren. Als ich angefangen habe, als Jugendlicher, Klassen zu halten, habe ich das nicht gekonnt. Und ich hatte, das war mein Größtes, als ich eingeteilt war, irgendwo, da habe ich immer gedacht, ja, habe ich lange Bauchschmerzen vorher gehabt. Weil ich diese Gabe nicht hatte. Ich habe immer gedacht, was mache ich, wenn keiner antwortet, was mache ich, wenn da alles durcheinander läuft und ich war mir unsicher. Mittlerweile ist Gesprächsführung etwas, was ich am liebsten mache. In Seminaren, in der Sabbatschule, wie auch immer. Irgendwo, was gesagt wird, zusammenzufassen und weiterzuführen und probier es aus und auf einmal kannst du manchmal erleben, es geht, du kannst es. Und wenn wir es anwenden, dann kann auch die Gabe wachsen. Man kann auch, es geht nicht darum, dass man eine Gabe hat oder nicht hat, man kann auch eine Gabe haben und darin wachsen. Indem man es anwendet, wird es mehr, besser, wie die Talente, die sich vermehrt haben. Und es gibt noch einen Hinweis, wenn du nicht weißt, welche Gabe du hast, frag jemanden, dem du vertraust. Ein Bruder, eine Schwester, dein Prediger, dass du fragst, was meinst du, welche Gabe könnte ich haben. Manchmal können andere in dir eine Gabe sehen, die du selber gar nicht erkannt hast. Deswegen, sprech drüber, frag. Und das Schöne ist, wenn du sie einsetzt, dann wirst du selbst ein Segen haben und du wirst erleben, wie andere Menschen gesegnet werden durch deinen Dienst. Und darum geht es. Wir dienen ja nicht für uns selbst, wir dienen für andere. Und das gibt auch wieder die Befriedigungsherz zurück, wenn ich diene, dass ich mich von Gott gebrauchen lasse. Gott möchte mit uns zusammenarbeiten. Gott könnte auch alles alleine tun. Er könnte Engel schicken, aber er möchte uns gebrauchen, weil wir uns gegenseitig helfen können, uns gegenseitig zum Segen sein können und selbst den Segen davon haben. Amen. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du deiner Gemeinde, jedem von uns Gaben gegeben hast. Ich habe Dank, dass du uns erlöst hast, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass du uns auch diese Geschenke mitgegeben hast. Dass der Heilige Geist uns befähigt, Aufgaben zu übernehmen, die für deine Gemeinde, für dein Werk wichtig sind. Ich bitte dich, Herr, für jeden von uns, dass wir unsere Gabe erkennen, dass wir bereit sind, sie einzusetzen, dass die Gemeinde, der Leib gebaut werden und wachsen kann und auch, dass wir selbst dadurch einen Segen erleben dürfen. Herr, wir bitten dich, dass du deinen Heiligen Geist in noch größerem Maße ausgießen möchtest. Wir bitten dich auch, dass du dir die übernatürlichen Gaben auch in der Gemeinde noch verstärkt wieder einsetzen möchtest. Dass dadurch deine Gemeinde noch mehr wachsen und gebaut werden kann und dass dein Werk, Herr Jesus, zum Abschluss kommen kann und dass du bald kommen kannst, Herr Jesus. Und darauf warten wir und darauf freuen wir uns. Also bitten wir dich, segne du uns und bleib bitte bei uns. In Jesu Namen. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020